Die Bieste waren so nahe, dass ich sie gegen den Wind riechen konnte. Ihr süßlich-fauliger Geruch brachte mich zum Würgen. Die Türflügel schwangen nach innen und blanker Horror ergriff mich. Kinder. Ein Haufen kleiner Kinder, deren Augen milchig trüb waren, deren Haut aschfahl und von schwarzen Adern durchwoben war. Ich hoffte nur, dass sie mich töteten, bevor ich einer von ihnen wurde.